Wir haben da so ein Gerät, hat das ich erst bestellt, HTPVR oder so, irgendwie nennt sich das. Auf jeden Fall musste es, es bricht eben diese Kodierung in der Playstation rein. Das heißt, das Signal, das nicht gesendet werden kann auf HD, kann auf einmal gesendet werden. Und somit nimmst du dann auf deinem Rechner auf, ein bisschen HD, weil wenn du so Minecraft, kennst du Minecraft das Spiel? Ja, alles nur so verpixelt auf YouTube hoch und alles rein. Ich hab nur einen Account geöffnet, aber noch gar nichts getan. Und... Was soll die jetzt hinaus? Es ging ja eigentlich um diese Scheiße. Was labert der Junge? Ich weiß es nicht. Ich verstehe kein Wort mehr. Ich weiß es auch nicht. Playstation... Warte, warte, warte. Full HD. Was weiß denn ich jetzt, ey? Was aufgezählt... Was평 Was Vielen Dank.